Im Aufgebot des Bundestrainers Joachim Löw für Länderspiele gegen Spanien 1 zu 1 und am Dienstag 20.45 Uhr im Live-Dicker auf Eurosport gegen Brasilien fielen unter anderem Kapitän Manuel Neuert, Mario Götze und Marco Reus. Auch Weltmeister Skodran Mustafi, Benedikt Tövedes und andere Schürrle hatte Löw nicht berufen. Der Bundestrainer benennt seinen vorläufigen Kader für WM in Russland, 14. Juni bis 15. Juli am 15. Mai in Dortmund. Löw wisse in Einzelfällen selbst noch nicht so genau, wie er sich entscheiden werde, vermutet Bierhoff. Aber, man muss nicht groß rätseln. Es gibt einige, haben ihren Platz sicher, Video, Löw lobt Entwicklung von Zellen und Gündo an.